ARD Text im Auftrag von Funk Warte mal, wollen wir hier wirklich leveln? Ich weiß gar nicht Okay, gut, wir... LOL Ja gut, ich sag jetzt immer nix Ich wusste zwar, dass wir Schaden machen, ich wusste auch, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen als... Keine Ahnung Aber dass wir so viel Schaden machen, das hätte ich mir jetzt nicht so ganz erwartet Holy Moly und die EXP Okay Ah ja genau, da war was Äh So, so Das wir endlich ein bisschen mehr Schaden machen Oh mein Gott, dieser Damage Oh mein Gott, das ist krank 1 K 1 K 1 K 2 K 2 K 3 K 3 K 3 K 3 K 4 K So 23 Wow, also das ist irgendwie echter Hammer Ich hab jetzt irgendwie so grad gerechnet, okay, wir machen uns halt vielleicht irgendwie so ein 3, 4 Level Absatz oder so In der Folge In der Folge Ich glaub, ich hab mich leicht verschätzt Bin mir nicht sicher Ja Ich glaub's nur Hätteschön Ich hab's mir auch wirklich mal schon Schaden machen Alter, 900 Schaden Habe ich jetzt nicht richtig gesehen 900 100? Hey, es bringt doch in Anführungsstrichen nur 50er Teig eigentlich, oder? Ich bin jetzt blöd. Na gut. Hab ja auch nichts dagegen. 26, yay! Oh mein Gott. War das gerade ein 1,4K-Grid? Oh mein Gott. Alter, dieser Chloak ist ja... Pfff, OP als Fug. Was heißt der Chloak? Der Chloak ist keinem OP. Naja, gut. Man, OP ist nicht wirklich. Aber im Low Level ist das krass, was man dann irgendwie hier drückt. Das ist echt... Das ist irgendwie echt fast schon übertrieben. Yo, 1K, Lifeburns. Was ein Schaden auf dem Level, what the... Okay, also... Das ist immer krass. So, Fuden brauchen wir im Prinzip auch gerade nicht mehr, weil... Die AP reichen eigentlich meistens bis zum nächsten Level ab. Genau, haben wir das noch rum und dann würde ich mal sagen, fliegen wir vielleicht weiter. Der auch noch sterben, so... Er wird auch noch sterben, so... Wenn wir den Lork benutzen, dann hätten wir jetzt 50% mehr. Dann wären wir jetzt schon bei 4,5 Millionen. Ich überlege gerade irgendwie echt, ob ich den vielleicht nicht doch anlegen sollte. Aber andererseits ist halt wieder so... Was willst du halt mit dem Ding? Ups. Das war der Taste. Ich glaube, es sind die A40, 12 Level drüber mit Heal-Easy-Mode. So, naja, geben wir vielleicht ein bisschen ein Level mit runter. Das heißt, Heal brauchen wir nicht mehr. Wir haben gut. Ah, Geek. Wir müssen seine gleiche betreiben, aber... Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn so ein Ding bei uns durchgeschüttet wird. So, Glock erfahren wir. Was gibt es zu uns? 31k Abhängiger. Okay. Das ist auch krass. Was haben wir jetzt eigentlich mit drin? Achso, offizielle... Achso, also offizielle XP-Dingen sind da. Oh mein Gott. Also mit dem Akku hinten drauf, oder zusätzlich mit dem Akku da noch hinten drauf, das ist echt ein bisschen krass. So, der Skill... Most useful Skill EOW. Oh, ein Gyroschild. Ansonsten mal eine andere Axt wäre mal cool. Leider, wir haben immer noch mit der 15 Axt. Wir drücken einfach trotzdem zum krassen Schaden. Was? 800 Abhängiger. Stimmt, wir können schon bald 34 Waffen tragen. Alter, dann drücken wir ja... Ich meine... Ganz ehrlich... Oh ja, am besten noch kleine NLG ab, der Waffehörser. Boah, das wäre geil, wenn wir jetzt irgendwie dann bloß 5 Achse zu kriegen würden. Das wäre geil. So. So, warte mal. Wie viel war der Attack? Wir haben jetzt 815 Attack. Also, das ist echt eine Hausnummer. Das ist wirklich eine Hausnummer. Bei 10 Level drüber, 800 Hits. Und die Crit-Radate ist auch gar nicht immer so schlecht. Wie die Dinger einfach mal down gehen. 9 Level drüber, 900 Hits. Krass. Oh, ein, ein... Ding. Spieler. Ich hoffe, der ist nicht stromker als wir. Ich hoffe, der will mich nicht angreifen. Ich hoffe, es ist kein Hater. Vielleicht ist es ein Hater. Es ist ein Hater. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist ein Hater. Ein Hater. Du wirst von Key-Verbrechen getötet. Ja, ist gut. Ich weiß, es ist für Zukunft. Keine Ahnung, bevor er dich gehört. Es war einfach, dass es ist. Ah, welches läuft das denn der Typ? 27, oder das Matur ist das? Na, okay. Bei dem läuft. Oh ja, WhatsApp. WhatsApp. Ich bin super da. Ach, jetzt hätte ich mir eigentlich ein Ding kaufen können. Na, egal. Was, oder? 26, loih. Auch wenn ich jetzt irgendwie zwar kein Fan von dem PvE-Dingen so bin, aber so zwischendrin ist, ist ja trotzdem heute ganz witzig. Gut, wenn man jetzt gerade am Leveln ist und so, keine Ahnung. Aber, naja. So, wo ist es denn? Der Guter. Gesterben, 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 Gesterben. Gesterben. Oh mein Gott. Ja, ja. Ich geh jetzt Rage quitten. Ersthaft, ich müsste einmal und dann blockt er noch zweimal oder was das war. Klar, dann kommt der Major und gibt mir einen One-Hat. Ja, danke für die Zuschauer und bis zum nächsten LP. Ja, danke. Ich窄樑.